Warum ist mich der scheiß Steinau? Der liebt euch hier bei einem, ne? Ne, ich hasse ihn mittlerweile. Boah, ich finde den Eiffelton so scheiße. Hauptsache, du sitzt mit deinem dummen Arsch da drin und dein ein blödes Fettschwein. Du hast es geschafft, bravo. Willst du noch ein Gummibärchen? Ja, bitte. Gummibärchen, hier, kriegst du ein paar. Danke. Du hast es so mutig warst, kriegst du ein paar Gummibärchen. Ja, ich bin ein großer Junge. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber haust du dir eigentlich immer Baldrian rein vor so Drehs, oder was? Warum? Was ein Arschloch. Äh, hoffentlich werden die ausgeraubt, irgendwo nackt in der Ecke gelegt. Ach, Mann. Jetzt schmiert er von unten. Ich krieg dir die gleiche Kopfnuss, weißt du das? Scheiße. Kannst du das? Hör mir zu. Was ist das? Ne! Hör mir zu! Können wir bitte geh'n? Wohin? Weg! Warum? Ich hab diese Pisse hier keinen Bock gehabt! Wie kriegt ein 7-Jähriger, wenn ein 44-Jähriger das nicht auseinanderkriegt? Wie kriegt so ein blöder 7-Jähriger das auseinanderkriegt?